Wofür soll ich denn arbeiten 50 Jahre und krieg noch weniger wie vom Sozialamt? Ja, ich helfe dir doch gleich. Aber das läuft gar nicht bei mir. Da geh ich gar nicht arbeiten und krieg so vom Amt. Und mehr. Ich kann den Redner sogar noch was abnehmen. So ist das. Nein, es ist eine Frechheit. Dass man hier uns Deutschen so verarscht. Ehrlich jetzt. Nein, das meine ich jetzt ehrlich um diese Uhrzeit. Meine ich ehrlich. Die arbeiten 50 Jahre lang. Meine Feste tut um. Erstmal das und zweitens kriegt sie noch einmal das, was ihnen zusteht. Ja, hier. Aber doch nicht mit mir. Du siehst gut aus. Wofür soll ich denn noch arbeiten gehen? Dass sie genauso nachher enden wie die? Nein. Die haben noch weniger wie ich. Ey. Siehst du, sag ich dir doch. Platt und schwer. Ja, du siehst ja gut aus, ne? Was, ey? Ich sag, du siehst ja auch gut aus, ne? Ja, das ist mir. Dankeschön. Ne. Man muss doch was vom Leben haben, ne? Sonst hat man doch nichts mehr. Was hat man dann heute noch? Ne. Du hast doch nichts mehr. So ist das. Arbeiten, schuppen, keine Rente, gehst doch betteln, Flaschen sammeln. Was ich nicht mehr brauche, ich nicht, Gott sei Dank. Ich krieg noch von an. Gott sei Dank. Und wie lange das Ganze jetzt schon? Was denn? Wie lange kriegst du schon von an? 50 Jahre? 40 Jahre. 40. Ja, das muss ja einfach mal jemand nachmachen, ne? Das kann keiner. Das kann keiner. Nein, die sind nicht so intelligent wie ich. Ne, ne. Man muss wissen, wie, warum, weshalb und wieso. So ist das. Läuft nicht. Und wo wohnst du jetzt? Ich wohne jetzt hier gleich um die Ecke und dann ist gut. Ich habe mein Hauskomm, mein Einkommen. Ich habe meinen Hund. Und wie heißt das?